Hallo, Ralf Tütetek hier mit einem neuen Video. Ja, heute wollte ich eigentlich nur kurz zeigen, den Unterschied von dem eingebauten Lautsprecher vom Korg Volker Keys und einem portablen Lautsprecher, den ich besorgt habe. Also so einen PC Lautsprecher, kann man einen PC entschließen, kann man aber auch für den Volker Keys benutzen. Na ja, wollte ich natürlich nur mal kurz den Unterschied zeigen. Dann schalte ich das mal an. So, das reicht schon. So, ich habe hier so einen Lautsprecher geholt, den ich eben schon gezeigt habe. Von Avisio. Und den kann man an den Volker Keys anschließen. Zeige ich euch mal. Und zwar hier, wo man den Kopf heranschließen kann. Da schließt man den Lautsprecher an. So. So. Ja, ist angeschaltet. Und dann hört ihr gleich einen kleinen Unterschied. So, äh, habt ihr den Unterschied gehört, ne? Ja gut, äh, das wollte ich euch nur, äh, demonstrieren, den Unterschied zwischen dem eingebauten Lautsprecher, vom Korg Volker Keys und äh, von externen Lautsprechern. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. So. So.